Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Game of Thrones Ja, ich habe gedacht in der letzten Folge es gibt noch eine andere Möglichkeit als nur nach dem Schwert zu greifen Aber ja, ich muss das dennoch machen anscheinend Also wiederholen wir das nochmal und greifen gleich zum Schwert Menschen legen wir weg, natürlich Ich bin ein Fickes, in den Händen einer Fickes Ich bin der Forrester. Das ist vollendet. Geh weiter. End das. Wir sind fertig hier. Das wird Probleme geben. Die Whitehills haben sie entfernt von den Ironwood groves. Out of the way! Und so kommen sie zu uns, suchen wir Essen. Essen wir nicht mehr haben. Wie können wir eine Armee unterstützen, und unsere Position in den Norden? Wir können nicht sogar die Menschen, die wir vor uns sehen. Es ist wie die Möge der Winter kommen. Und es sieht nicht, dass es besser wird. Es ist schwer. Es ist schwer. Es ist schwer, als ich noch nie gesehen habe. Aber ich mache was, was es braucht, um uns zu überlegen. Ich hoffe, dass wir etwas herausfinden können. Wenn die Whitehills in unsere Haus sind, müssen wir vorsichtig sein. Komm schon, du! Ich gehe! Du kannst das nicht machen! Gut. Du bist hier. Schau. Look at this. Did you see what this girl did? She attacked my man like an animal. Bloody bit me. Yeah, now it's her turn. She's gonna get what she has coming to her. This won't go unpunished. Let go of me! I don't care if she's your sister. He deserved it. She bit your man? How did that happen? What did he do to her? That doesn't matter. It matters what she did. I saw him stealing from our kitchen And I told him to stop He laid his hands on me So I bit him Bloody wench I was only doing what had to be done I warned you not to mistreat my men Someone will have to answer for this Do you hear me? Don't make this ugly We've done enough for you You can't push us any further I can push you as much as I like And if your people don't see that They need to learn their place This girl is out of control Don't listen to him, Roderick And if you can't rein her in What about the rest of them? It's about time she saw a real lord again And learned proper discipline They've all been missing that My sister, she made a mistake That's all She is but a child And this arrangement tests us all I'll make sure it doesn't happen again She's not the only one who's made mistakes And the problem starts at the top, Roderick Careful, boy You yourself had the gall to make threats against my men And that's the real problem with you foresters You're too fucking proud Always have been It was bad enough when you were above us And now it's even worse Because you don't see how far you've fallen Still high enough to look down at you Wait, forgive her Forgive her The passions of youth No one questions your authority, Griff You have the power Oh, I like him You thought this was your man, Roderick He's mine A dog to be sure But my dog That's how I like to see you foresters Obedient servants Eager to please your master He's a loyal member of my house A man of peace And he deserves to be treated as such You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten You will learn some fucking humility Or this won't be the last lesson I teach you, foresters Have you no honour? I'll run you through for that I'll cut you down like straw men Stand down, Roiland As you wish I bet this makes you angry, eh? You'd probably want to get up and hit me But we know how that would go, don't we? Now Are you going to be a good little forester? Learn your lesson And stay down Roderick I said Get Down All the way down Stay down, my lord Your brother defied Ramsey Snow He didn't know his place But we made damn sure he learned We must be quiet And at least the head You're a good little forester You learn your place And hit on the spear And stay down Some forester is going to learn their lesson today You don't have to do that, Lord Griff Will it be you? Or will it be Her? I'll stay down Consider this evening, girl Your brother learned the lesson for you You'd be wise to follow his lead As would all of you Your lord is a smart man First in his line that understands Now you need to understand, too You can be lord, Roderick So long as we all know Who holds the reins here Come on You did the right thing, my son You had to submit Aye A true lord But we We let them win Naja Manchmal ist eine Niederlage Doch besser als Mit großen Verlusten Zu sie Aber der Tag der Abrechnung Wird eines Tages kommen Und dann werden wir Diesen kleinen Wechsel Den Arsch aufreißen Das könnt ihr euch Aufschreiben Das werden wir machen Do you see that? He still acts like he rules the house But he's let his guard down So Did he get what he wanted? Or did you? At the time I I wanted you to crush him I'm just glad you're still alive Now is not the time to fight But that time is coming And if Griff thinks he's won He won't be ready when it does And when you're better Things will be different I asked Ethan not to change Who he was I tried to make him promise me I now know that was Childish of me I'm ready to change now I'm willing to do anything To help our family I mean it Roderick I don't care what I'll do it That's good I'm sure a time will come When our house will call upon you To do what's necessary Well that time is not now And I'm sure The others will do whatever It takes as well Auch ihre Chance wird bald kommen What you did You had your reasons But No one can know the future Whatever tomorrow brings Talia The foresters will stand tall We did it I can't believe it I can't believe it What are you waiting for? I can't What? After everything we're just I can't burn it The Khaleesi will see you now Oh the Khaleesi So Asher Forrester If you presume to speak of my dragons Choose your words carefully Next time on Game of Thrones That's for us What have you done, Garrod? Frostfinger is calling for your head Tell me Britt's death Was an accident Mira What are you doing? I can't pretend I haven't seen this Mira Just tell me What's going on We are weak We have no allies And Griff claims to be the new lord of Ironwrath There's been a raven from Lord Whitehill He's invited us to Highpoint Drogon wouldn't have attacked without reason By order of the queen Fuck you and your queen Deal with your friend Nothing ever stays in the past, Asher Carried It's time to go Oh, was will alles passieren? Nix? Hm So, Folge 3 Der Schwelle des Dunkelheits Och, wieder das Englische geht wieder los Wir Und 49% Haben Malcolm gerettet Gut, höchstwahrscheinlich Haben die Leute Nochmals die Stelle gespielt Und Dann Bashkar gerettet Also Es ist wohl nicht wirklich aussagekräftig Wofür sich die Leute als erstes entschieden haben Aber so gesehen momentan Sind wir Doch die Minderheit Aber etwa die Hälfte Äh Oh Gott Keine Ahnung Könnt ihr mal die Kommentare reinschreiben Was das genau heißt Also hier Avoid Und Avoid Und avoidet Kenne ich überhaupt nicht Weiß keiner Nicht Was das heißen soll Äh Irgendwie scheinen wir aber eher auf der Seite von Makrot zu sein Äh Wir und 86,9% sind von Britz weggegangen Also es gibt nur noch ein kleiner Präsenzsatz der den am Ende getötet hat und so Okay Wir und 67,6% haben sich den Griffweiten unterworfen Hätte ich nicht gedacht Hätte ich nicht gedacht Ich hätte eher gedacht Dass die Leute mehr Aggressiver gewesen wären Aber vielleicht haben doch alle das gleich gemacht Okay Und Wir und 70,3% haben den königlichen Brief nicht verbrannt Könnte natürlich Probleme bringen Hm Also wir haben bis jetzt Größtenteils das gemacht Was die anderen auch gemacht haben Gut Ich glaube in den anderen Folgen Äh Anderen Staffeln Oder Folgen Äh Waren wir auch mal gegen Den Ja Den Gegen die Mehrheit Ich glaube gewesen Ich glaube Folge 2 war das sogar Gegen die Mehrheit Ja Dann würde ich halt sagen Mit diesem Ergebnis Kann man sich Verabschieden Und würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Wenn Folge 4 startet Bis dahin Ciao Ciao